So, wir kommen zurück zum Armut Assault 2 Let's Play. Und unsere Abbrotten gerade vom Luftschrauber. Okay, let's go. Ich habe überlebt. Und wir geben uns jetzt ganz schnell zum NAPA Außenposten. Komm schon, Jungs. Oh, Weapons hart. Komm schon, Jungs. Das ist eine Anifizierung. Ja, das ist der Waus. 4. Heal that, Machine Gunner. Roger. There's a Marine and an Airman in the bathroom of a bar. The Marine finishes draining a snake and goes to leave. And the Airman says, you know, in the Air Force, we wash our hands. And the Marine says, really? And the Marines, we just don't listen. Cool. Cooler ist's? Wir pissen uns gar nicht, wie das Handy auf die Hände. Da ist noch einer verletzt. 4. Heal that, Machine Gunner. Roger. 12 o'clock. Enemy. Chop. Far. der. 4. 3. 3. 4. 4. Ja, komm, ist sicher. Mach schon. Ja, Alter, ist okay. Endlich. Und... Heal that, Sniper. Ja, so Lubschrauber schon wieder. Ich hoffe mal, der will nichts mehr von uns. Und noch mal speichern. Und noch mal speichern. Und ganz schnell weg hier. Ich muss da hinten sein, da hinten ist ein Lagerfeuer. Oh, danger. Oh, stay alert. Und lassen sich nicht zurücksetzen. Okay. Oh, move to a tree. Two o'clock. Oscar Mike. Covering fire. Move out. Oh, move 50 meters. Four o'clock. Und dann laufen. Mit dem F1 bis... Äh... F... Neun ist das glaube ich. Ne, zehn. Kann man die einzelnen Kilometer markieren. 11 o'clock. Man. 200 meters. Ja. 12 o'clock. Man. 200 meters. Und dann haben wir noch von eins bis neun aus Untermenüs. Eins ist dann... Bewegen. Bewegen Befehle. Zwei. Ziele. Drei. Alles was mit Schießen zu tun hat. Vier. Alles was mit einem Aufsteigen zu tun hat. Fünf. Unterstützung. Also Lageberichte. Sechs. Aktionen. Also Gewehr aufnehmen sowieso. Mach dies. Mach das. Sieben Zustände. Also Tarnung. Wie sie sich verhalten sollen. Dies unter Einhalten. Und unten. Position sechs. Sieben. Acht. Die Haltung. Die Haltung. Die Haltung. Oh. Stay Crouched. Was? Oh. Copy my stance. Moving. Ja. Acht ist dann. Kann man die Funktion ändern. Und dann kann man noch Teams machen. Ja. Das war's mal eben kurz schnell erklärt. Oh. Fall back. Man. 200 m. Und sprechen. Aber viele Befehle brauchen wir auch gar nicht unbedingt. Move. Roger. Go. Wenn man mehr als zehn Teammitglieder hat. Die kann man via Tasten F11 und F12. ähm, die Bilder quasi weiter switchen, sagen wir mal. Und dann wäre quasi Teammitglied 11, würde man dann wieder mit F1 ausführen. So, schauen wir. Ähm, ja. Okay. Ähm, ja, ja. Ähm, ja, ja. Ja, 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 da war damit. Ja, 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 ja. �ta stray trials. Ja, ich glaub. Prosím dich. Wir haben ein quantify**er... Lasst books davon. Ja, auch noch's. Ja, gar garder... Sie haben den Weg geholfen, Fyodor und wie Sie auf den Scheinlern haben. Das ist ein legend. Sie sind ein Mann. Wie kann ich Ihnen helfen? Bitte, Sie haben eine lange Zeit? Wir müssen uns mit unserer Lodge kontaktieren. Wir haben ein Telefon, ob es reicht. Noch besser, wir können Sie auf der Schaft auf der Telefonnummer auf der Telefonnummer. Sie sind aber auf der Stuhl. Und nicht mit ihm schreien, unser Radist ist auf der Karte. Oh, das ist ein Problem. Oops. Das war's. 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 Okay. Okay. Ja. Da haben wir unsere Mission endlich abgeschlossen. Aha. 4 Leute haben wir abgeschlossen. R3. Okay. Alles klar. Gut. Und dann sehen wir uns in der nächsten Mission wieder. Das wäre Mission 8. Alles klar. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Ja.